Warte, es muss ja von Schwarz, es muss ja erst Schwarz sein und dann Helfer. Jedes Mal, Simeon und ich filmen jedes Mal ein cooles Intro und Max, nie rein. Max, schneid unsere Intros rein. Noooo! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! ... ... ... 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 11, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Jens-Stefan, unser Trommler. Jens, die Trommelsau. Jens-Stefan Ultra. Hallo Vincent. Wundervoll. Nein. Statement zum Spiel. Total geil. Ich bin positiv überrascht. Jeder Einzelne hat abgeliefert. Ihr habt Abwehraktionen gebracht, die überragend waren. Jeder war bis zur letzten Sekunde dabei, bis es abgefiffen wurde. Und das war ein hochverdienter Sieg. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für den Kommentar. Gerne. Tschau. Hallo YouTube. Das gibt YouTube. Oh YouTube. Ah, stimmt. Natürlich. Sorry. Hi YouTube. Hi. Und Instagram. Hallo YouTube-Welt. Tag. Hallo an unsere 19 Abonnenten. TSG. Stabil. Das ist Sau-Tour. Was? Das ist Sau-Tour. Guck, eine Rezbolle geht. Ach so, ja, okay. Mach. Du bist ja gar nicht der Gegenrand. Ja, ich weiß. Das muss ja am Ende schwarz werden. Das ist Outro oder Volleyball? Ich hatte echt arg. Ich bin schon gebremst. 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 TSG-Walleyball. Hallo, ich muss geblocken. Geh mal bitte. TSG-Unsherren1-Tier. Ich bin schon gebremst. Ich bin schon gebremst. Okay, das war's. Das war's Outro. Auf und aus. Bis zum nächsten Mal.